Hallo, wir sind das Tänzerinnen-Ensemble der Burlesque Show der Roten Bühne in Nürnberg und auch wir unterstützen One Billion Rising gegen Gewalt gegen Frauen, eine weltweite Bewegung. Menschen aus allen Ländern treffen sich am 14. Februar zu einem weltweiten Tanz-Flashmob. Und wir vier vor Selbstbewusstsein stotzende Frauen aus Süddeutschland wollen diese Aktion unterstützen. Wir sind nicht nur Tänzerinnen, auch Tanzdozentinnen mit Leib und Seele. Und uns ist es wirklich wichtig, jungen Frauen und Mädchen Selbstbewusstsein zu geben. Ein gutes Selbstwertgefühl, ein gutes Körperbewusstsein. Und wir sind natürlich auch beim Tanz mit dabei am 14. Februar in Nürnberg vor der Lorenzkirche um 16 Uhr. Mein Name ist Fleur d'Amour alias Julia Kempken. Dixie Dynamite alias Sylvia Planke. Sweet Chili und Chill Tonic. Das Burlesque Ensemble der Roten Bühne. Wir sehen uns, egal was passiert, am 14. Ciao.